Und hallo liebe Freunde da sind wir wieder im Schnecken Simulator. Heute wollen wir die Schnecke von 1902 spielen. Sind wir ja mal gespannt was dazu passiert. Wir drücken einmal C. Es sagt die S in 1902. Ach weißt was ich. Ach das ist ja cool. Wo ist mein Spazierstück und mein Hut? Ja da machen wir einen kleinen, der Nipp war als Klassik. Hauen einen kleinen Rauschfilter drüber. Einen kleinen Körnungsfilter. Und schon hat man 1902 und das Auto ist immer noch kaputt. Das war schon 1902 kaputt. Unglaublich. Und die Hütte sah 1902 genauso aus wie heute. Vor 120 Jahren. Wir fehlen gerade tägliche Worte. Es wird mir langsam zu blöden. Aber es wird sich noch alle spielen. Und im letzten werden wir in dieses Haus reingehen. Okay liebe Freunde. Danke euch fürs Zuschauen. Okay es wird kein Schwein mehr zugucken was keinem interessiert. Okay liebe Freunde. Dann bis später. Ciao.